Hallo, ich bin der Raminik Fischerle, mit dem Titel Kunstspornrodeln und ich habe ein Problem gehabt bei der Halswirbelseile und jetzt hat er alle gezogen und wehr gehabt. Und nachher hat mir mein Trainer mal empfohlen, in Brixen zu der Sandrätze zu gehen, sich der Atlas-Prophylaxe und einmal nachschauen zu lassen und dann haben wir einen Ingriff gemacht, den Atlas in Gerichten und seitdem geht es mir wieder ganz gut und ich kann das weiterempfehlen und eine super Sache und der Ingriff dauert lange und dann fühlt man sich eigentlich gleich viel besser.